ja da stimmt was nicht die Tür sollte sich öffnen sollte gerührt die Kamera zum Schloss versucht es was soll man versuchen nicht aufgeben nicht aufgeben gehört die Kamera zum Schloss was ist mit der Kamera ja frag mich doch was anderes der Mechanismus erkennt dass ihr keine Menschen seid für das Schloss braucht man Menschen ach ja was hast du gemacht Orange macht dasselbe wie Blue Moment was hast du gemacht welche Kiste einfach links oben macht doch mal etwas typisch menschlich geschafft darauf muss man auch erst mal kommen dass wir quasi irgendwas menschliches machen müssen ja so oh das Tier ist cool jetzt geht's los alter Schwede fein zu ne Tür alter brauchst du zuhause genau Eingangstier ja oh alter Schwede entscheidet das da tun so leise ist ja da ist noch nie jemand rausgekommen oh es bleibt halt nicht glaubt ihr wie ich da unten rein schaue ich so vor allem wie wir übelst klein sind und uns so ne riesen Tür da öffnet ja gemalt so irgendwie es sieht so übelst schön auch irgendwie aus denke es ist geil das auch das ist eigentlich so ne schlechte Grafik ist das eigentlich doch heute gute Grafik alter Schwede noch ein Mensch das Testen hat sich gelohnt all diese Tests Alter alter die Tutkörper die Wissenschaft dankt euch jetzt hört sie uns yeah wir haben es geschafft die R damit haben wir wahrscheinlich das Spiel komplett durchgespielt es gibt noch mehr Arbeit es gibt noch mehr Arbeit hat sie gerade gesagt ja die Zusatzdinger noch ja da müssen wir ja mal schauen vielleicht geht es ja dann auch right here ja aber du weißt die Uhrzeit die Uhrzeit eh so wir kommen jetzt ins Hub und damit werden wir sagen dass die Folge ist zwar jetzt gerade ein bisschen ding wir können ja nochmal gucken ob das eine noch geht ja wir haben jetzt wirklich achso es geht noch weiter sehen wir die Akten ein alter Schwede ja Adam Forst Adrien Fener soll ich hier sagen das sind wahrscheinlich die Leute die mitgemacht haben oder? doch nicht ja Legacy Computer Production Regulation Sociale Inkompetenz Computer Profile Moment wo weiß alles was weiß was weiß was weiß was weiß was weiß das ist ja übelst geiler Abspannung nicht so was du zwischendrin warst du warum wirklich hast du dich nicht gesehen Teil nee du warst zwischendrin jetzt nee schläf nur du meinst jetzt als Gesicht oder als Name als Figur nie pünktlich achso was hast du zu mir gesagt weiß ich nicht schlechter Zuhörer der Block häufiges nicht erscheinen plappermaul oh hast Montage da bin ich das ist immer voll lustig wo war ein davon flappig alter Schwede die Frage ist also dass es jetzt wirklich die Leute sind die mitgemacht haben die da jetzt auf den Bildschirm kommen nie mitgemacht nice ja die halt das Produkt entwickelt haben immer zu spät wollte sein es ist halt das einzige was ich so denke es wird ja irgendeinen Sinn haben vor allem bei der unten steht was das sind aber alles solche komischen Sachen vor allem laufe ich da einfach vor dem Hinterbildschirm genau hat Angst vor Nähe wie kann ich das dann sehen wenn ich da einigste das weiß keiner das weiß keiner ja unten stehen aber immer komisches Zeugs das hat sind nicht Entwickler aggressiv das mag ich aber dann kein Ende mehr oder doch schüchtern das wird doch nicht so enden also es wird schon irgendwas wird hier enden keine Ahnung da kam ich gerade schon wieder ja kein Selbstvertrauen wir können nur zurück zum Spiel Hub Hauptmenü ja die Frage ist jetzt wir stehen jetzt schon drei Minuten hier und schauen uns die Liste an beim Lesen beim Lesen das meine ich ja ich weiß nicht Analfabet 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 dann müsste escape zurück zum Hub weil damit bricht man ja eigentlich ab eigentlich schon wo liegt das Problem auf einer Seite fand ich da nicht lieblich schnapp sie ja na na das ist die Frage Brandstifter sagt er irgendwas wenn man jetzt sagen zum Hub käme sie sind sicher dass sie und ihr Partner schon abgehen möchten nicht geschwärts Spielfaktoren wir gehen verloren ignoriert aktuelle Aufgaben nicht mehr lange wird echt die Frage gut das reicht zur Akte der ersten Person Alter Alter jetzt kommt der richtige Abspann ok stimmt alles viel buddy vor allem von einer Person gesprochen aber wir haben auch nicht viel gesprochen oder ne nur Facemodel vor Gel das sind ja wir die haben mich gar nicht noch gesehen vor allem Translation das ist dir das ist auf jeden Fall halt der Abspann dieses Spiels Spiels wir müssen dann mal schauen ob es noch weiter geht vor allem werden sehen vielleicht ja vielleicht nicht wer weiß also das Ende dieser ganzen Testobjekte ist eigentlich relativ gut gemacht aber wenn man dann sich denkt wo man diese ganze Liste sieht äh gehts überhaupt weiter es endet nie es endet nie und jetzt warten auf ihren Partner ja leute das war's wahrscheinlich auch ja wir werden schauen wenn wir jetzt in Hub kommen vielleicht gehts ja nächste Folge hier weiter ansonsten halt ein anderes Spiel wir werden das auf jeden Fall auschecken dass sie die Tests abgeschlossen haben wenn es ihnen gefallen hat können sie nun die Teststrecke ihrer Wahl wiederholen das ist aber ja irgendwie so die Aussage dass wir durch wären Leute auf jeden Fall wir schauen da nochmal was sich dort hinten befindet aber nicht mehr jetzt nicht mehr jetzt macht's gut Leute tschüss tschüss